67 Gramm Eiweiß für diese selbstgemachten Chicken Nuggets. Diese Variante ist deutlich gesünder und hält dich auch viel länger satt und ich zeige dir, wie es geht. Wir geben 250 Gramm Hähnchenbrust in den Mixer. Ihr könnt aber auch Hähnchenhackfleisch kaufen. Und das würzen wir mit Salz, Pfeffer, Knoblauchgewürz, Paprikapulver, einem halben Teelöffel Senf. Gut durchmixen. Leicht angefeuchteten Händen formen wir daraus jetzt unsere Nuggets. Die kommen jetzt für 20 Minuten ins Gefrierfach. Für die Panade brauchen wir ein Ei. Das würze ich mit etwas Salz, etwas Pfeffer und Semmelbrösel. Ihr könnt aber auch zuckerfreie Cornflakes nehmen oder einfach nur Mehl. Die panieren wir jetzt. Jetzt sind sie ein bisschen fester und dann klappt es einfach besser. Zuerst in die Ei-Masse, dann in die Semmelbrösel-Masse. Ich bereite sie im Airfryer zu. Deswegen lege ich sie auch gleich da rein. Da kommt noch ein Spritzer Ölspray drauf. 10 Minuten einmal wenden. Lasst es euch schmecken. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.